Die abschließende Bewertung dieses Kork Artikels ist 9 von insgesamt 10 Punkten. Im Moment scheint es am meisten verschenkt zu werden. Dies sind seine Stärken, Genauigkeit, Preis-Leistungs-Verhältnis, für Anfänger. Am Ende der Beschreibung dieses Videos finden Sie den Link zu weiteren Informationen oder den aktuellen Preis dieses Produkts. Die Gesamtbewertung für diesen Kork Artikel ist 9 von 10 Punkten. Es ist das offensichtlichste aus dieser Auswahl. Seine Stärken sind, Genauigkeit, Preis-Leistungs-Verhältnis, für Anfänger. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind und mehr darüber erfahren möchten oder einfach nur den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link am Ende der Videobeschreibung. Roland hat ein Produkt hergestellt, das wir mit 10 von insgesamt 10 Punkten bewertet haben. Es ist das exklusivste in dieser Auswahl. Dieses Produkt zeichnet sich durch seine hohe Qualität aus und ist ein Artikel, der alle Arten von Benutzern zufriedenstellen kann. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen oder mehr darüber erfahren möchten, klicken Sie auf den Link am Ende der Videobeschreibung. Die Gesamtnote für diesen Behringer Artikel lautet 9.4 von 10 Punkten. In dieser Auswahl ist es das Beste. Es handelt sich jedoch um einen eher funktionalen Artikel, der sich von der Konkurrenz abheben kann. Sie können dieses Produkt kaufen oder weitere Informationen erhalten, indem Sie auf den Link am Ende der Videobeschreibung klicken. Untertitelung des ZDF, 2020